Ja, einfach mal hinterherfahren. Ja, dann steig auf. Wenn sie irgendwie piepst oder so, ignorieren. Einfach fahren. Wenn wir ein Video haben, dann haben wir ein Video. Wenn wir kein Video haben, dann haben wir ein Video. Dann packen wir einfach mal. Dann packen wir die Drehsumme. Vielleicht den Kopf ein bisschen leicht nach unten neigen. Ja, tu weiter, sonst ist es gut. So, genau. Oder wie lange kann das aufnehmen? 40 Minuten. Normalerweise. Aber ich weiß nicht, wie die Batterie macht. Wenn es zum Doppeltbüten anfängt, dann heißt das so viel wie der Akku ist. Oder das gleiche Platz ist leer, aber ich ignoriere das. Dann macht es einfach ein Video mehr. Oh, da kommt schon die Steigung. Seht ihr was? Ihr Zuschauer da hinten. Schau. 14% Gefälle. Oder Steigung? Nein, Gefälle. Von links nach rechts. Na dann, schauen wir, ob der Paul das schafft. Ich sage, dass wir sicher dasselbe aufgerallt haben. So, ein bisschen bremsen. So, der geht runter. Paul Abfahrt. Das ist flott. Und das lassen wir's rein. Bei so hochbereinem Boden. So ein Speed mit dem er. Ein Lille Landstraße. Und wir sind in der Tschechei. Man merkt's am Anfang. Und wir sind in der Tschechei. Man merkt's am Anfang. Auf der Straße. Paul hat nen Schub. Ich muss jetzt retten. Und jetzt wieder einen Bögerhof. Über die Landschaft. Haisl! Wo kommen die beep around? Und keiner schäden bei. So, da kommt wieder eine kleine Steigung, er holt uns schon, also nichts im Vergleich zu Feuer Paul tritt tapfer unser ganzes Klumpenraffe Paul, Kommentar für das Video Was? Kommentar Ja Ich wusste was 50 km Was? Toll Ja Ich will nochmal Was? Ja Was? Ja Was? 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 Ja Was? Ja Was? Und ein erneutes Hügelchen Was? 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 Und da vorne ganz klein die Moldau beziehungsweise eigentlich der Straße Was? 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 Wie man das so schnell ist miteinander? Einfach so? So jetzt müssen wir dann mit der Fähre fahren Jawors. Herrlich, herrlich, herrlich! Hervor! Riesig! See..."Butter Barsch》 und dann auf die Schulfland auf die Bonne und die Fichte tun ich ha? ja ich hab schon packt sie auf ich hab ja hab ich gewöhnt ich hab ja ich hab ja ich hab ja ich hab ja gewöhnt So, ich bin ja gespannt, wie es euch hier mal aufdrehen.